Wir haben relativ lange überlegt, wer jetzt wirklich für das steht, was wir vermitteln wollen. Ich glaube, dass der Vater, der das Ganze hier aufgebaut hat, wirklich eine sehr ungewöhnliche Persönlichkeit ist. Das ist so ein Typ, der sagt, wenn man irgendwas wirklich will, dann schafft man es auch. Und die Töchter haben das, glaube ich, ganz gut übernommen. Die haben jetzt nicht Angst und sagen, oh Gott, wie sollen wir das denn jetzt schaffen, sondern die sagen, wir probieren es halt einfach. Das war im Prinzip auch unser Ziel zu zeigen, dass es auch eine ganz tolle Möglichkeit und Chance sein kann. Vielen Dank. Vielen Dank.